Man erfährt so viel Nächstenliebe auf diesem Weg, so viel Hilfsbereitschaft und auch Freude von fremden Menschen, wenn sie einen sehen, dass man gar nicht anders kann, als zu denken, so wie ich bin, muss ich voll in Ordnung sein. Reisen, die Welt sehen, am liebsten All-Inclusive und alle Sorgen werden einem abgenommen. Das hatte unser heutiger Gast sehr gerne. Doch irgendwann hat er das All-Inclusive hinter sich gelassen und hat sich wohl auf dem berühmtesten Pilgerweg der Christenheit begeben, den Jakobsweg. Über seine Erlebnisse und seine Erkenntnisse auf diesem Weg wird er uns heute berichten. Herzlich willkommen, Johannes Zenker. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Als Sie sich auf den Jakobsweg gemacht haben, da haben Sie gesagt, ich kenne die Bibel einigermaßen und ich kenne das Vaterunser. Waren das so die Grundstaatvoraussetzungen, mit denen Sie losgegangen sind? Ja, das gehört schon mit dazu. Also ich würde sagen, am Anfang des Weges habe ich an Gott so ein bisschen gezweifelt. Also ich habe über die Jahre so das Gefühl gehabt, dass ich aus rationaler Sicht diesen Glauben nicht mehr so recht aufrecht halten kann, weil ich mich mit der Bibel beschäftigt habe und als jemand, der Geschichte studiert hat, auch immer die Frage gestellt habe, was sagt jetzt die Geschichtswissenschaft zum Beispiel zum Exodus der Israeliten aus Ägypten oder die Archäologie. Und da ist es mir so ein bisschen schwer gefallen, dann den Glauben aufrecht zu erhalten. Aber ich wollte, dass es Gott gibt und will, dass es Gott gibt. Denn ich habe bei Benedikt XVI diesen schönen Satz gelesen, eine Welt ohne Gott kann nur eine Welt ohne Sinn sein. Denn dann hätte die Erschaffung des Menschen ja keinen geistigen Grund. Und ja sinngemäß meinte er damit, wenn sich niemand etwas gedacht hat bei der Erschaffung des Menschen, dann kann sie logischerweise ja auch keinen Sinn haben. Und das hat mir sehr eingeleuchtet. Und deswegen habe ich eben gesagt, ich gehe jetzt auf den Jakobsweg und versuche dort Spuren von Gott zu finden, um diese Zweifel, die ich hatte, ein bisschen zu zerstreuen. Ja, jetzt haben Sie gerade, also es angeklungen ist schon, Geschichtswissenschaft, Archäologie und eine sehr logische Ableitung des Gottesbegriffs, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt ist ja der Jakobsweg oder eine Pilgerreise etwas, was man so mit allen Sinnen wirklich erfährt und begeht. Was war der Anstoß für Sie, das zu machen? In den Jahren vor dem Jakobsweg bin ich mit meiner Frau viermal auf den Kanarischen Inseln gewesen, viermal all inclusive. Und das war zwar jedes Mal irgendwie ganz nett, aber so eine nachhaltige innere Zufriedenheit hat sich da eben nicht eingestellt. Und so bin ich eben auf den Gedanken gekommen, dass es doch mehr geben muss, als sich jeden Abend schon vor dem Salat das beste Stück Kuchen zu sichern, bevor die Sorte dann später vergriffen ist. Und als ich dann eben geschaut habe 2019, was könnte ich jetzt mal anderes machen, bin ich eben mehr durch Zufall auf den Jakobsweg gestoßen. Und dieser Gedanke, mal für einen Monat weg zu sein, aus dem Alltag auszubrechen, sich einmal nur Zeit für sich selbst zu nehmen, sich in der Natur aufzuhalten und dann eben auch diesen Fragen nach Gott oder dem Sinn des Lebens nachzugehen. Das hat eine große Faszination auf mich ausgeübt. Wie haben Sie sich das konkret vorgestellt, wie es dann sein wird auf dem Jakobsweg? Also nicht, wie es dann tatsächlich gewesen ist, sondern wie war so die Vorstellung davon? Die Vorstellung war tatsächlich ganz naiv. Ich laufe durch die Natur und plötzlich habe ich irgendeinen Einfall, irgendeine Einsicht, mich küsst sozusagen die Muse unterwegs und ja, das hat sich aber zunächst erstmal gar nicht eingestellt. Da küsst mich die Muse, das heißt ja auch, dass Sie sich irgendwelche Antworten erhofft haben. Ja. Und die Fragen haben Sie gerade auch schon so ein bisschen angedeutet. Wenn Sie das jetzt nochmal konkret machen würden, was waren die Fragen im Vorfeld Ihrer Reise? Also für mich war die Frage vor allem, gibt es Gott, beziehungsweise wie kann ich ihn finden? Also wie gesagt, ich hatte diese Zweifel so in meinem Kopf, aber wollte gerne wieder zu ihm finden. Und weitere Fragen waren eben, hat das Leben einen Sinn? Muss man Angst vor dem Tod haben? Und eben die existenziellen Fragen. Ja. Und dann Vorbereitungen treffen, aufbrechen. Was haben Sie da gemacht? Also wer jetzt auf den Jakobsweg gehen möchte, wie muss man sich präparieren? Ja, eigentlich muss man viele Sachen neu kaufen. Also Rucksack, vernünftige Hosen, vernünftige Socken, natürlich Wanderschuhe. Und ich war zum Beispiel auch einmal in einem Schuhgeschäft und habe dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen, weil es da mehr unterschiedliche Schuhe gab, als es irgendwie Shampoos für Haare gibt. Und bin dann da frustriert wieder rausgelaufen und habe gesagt, ich laufe jetzt einfach in meinen Alltagsschuhen los. Die sitzen wie angegossen, vielleicht schützt mich das so ein bisschen vor der Blasenbildung. Und habe mich dann eben recht blauäugig auf den Weg gemacht. Ich habe mir den Rucksack von meinem Bruder geliehen, den Fahrrad Poncho für Regentage von meiner Frau. Ja, und die Schuhe und meine Unterwäsche, die stammten aus dem eigenen Bestand. Ja, also das nehmen, was da ist. Und dann geht es los. Was haben Sie sich so für eine Zielmarke gesetzt, wie viele Kilometer Sie am Tag schaffen wollten? Da hatte ich keine Zielmarke. Ich hatte auch den Rückflug noch nicht gebucht, bevor ich mich auf den Weg begeben habe, sondern habe das auf mich zukommen lassen. Also einfach los. Genau. Sozusagen einfach ins Blaue hinein. Also ich hatte schon grob im Kopf, das wird wahrscheinlich fünf Wochen irgendwie dauern. Das war am Ende dann auch so, aber ich hatte da jetzt nicht den Druck, einen Tag mehr oder im Frühjahr ankommen zu müssen. Von wo sind Sie gestartet? Ich bin von Irun aus gestartet. Also es gibt ja mehrere Jakobswege. Ich glaube, die meisten Menschen verbinden mit dem Jakobsweg immer den Camino Francais, den zum Beispiel auch Harpe Kerkeling gelaufen ist und beschrieben hat. Aber dann gibt es eben noch viele andere Jakobswege, zum Beispiel den Camino der Norte, den ich gelaufen bin. Der führt eben direkt an der spanischen Atlantikküste im Norden Spaniens entlang. Und das Meer an seiner Seite zu haben, das ist natürlich unglaublich schön. Und deswegen habe ich mich unter anderem auch für diesen Weg entschieden. Und Irun ist eben ein kleines Küstenstädtchen direkt an der spanisch-französischen Grenze. Und dann führt der Weg so circa 830 Kilometer Richtung Santiago de Compostela. Größere Städte sind zum Beispiel Santander, Bilbao oder auch San Sebastian. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass sich die Antworten auf Ihre Fragen nicht direkt eingestellt haben. Um das mal vorsichtig zu sagen. Wie sahen so die ersten Tage aus Ihres Weges? Also an den ersten Tagen, da war ich wirklich mit Laufen beschäftigt, mit sozusagen erstmal Ankommen, mit Akklimatisieren auf diesem Weg. Also Muskelkater abschütteln und so weiter. Also da habe ich mich erstmal um das Handfeste gekümmert und bin eben losgelaufen, in den Herbergen angekommen, habe dann dort Wäsche gewaschen, habe mir vielleicht die Städte angeschaut und mein Pilgertagebuch begonnen. Es gibt ein Netzwerk von Herbergen, die man dann ansteuern kann. Und dann bekommt man auch diese Pilgerstempel in seinen Pilgerpass, wenn man das möchte, glaube ich. Und so kann man sich so diesen Weg entlang wandern. Genau, es gibt Pilgerherberge, teilweise öffentlich betriebene, teilweise auch private. Die kosten dann, die öffentlichen, meistens so fünf Euro. Teilweise sind sie auch auf Spendenbasis. Das heißt, jeder kann so viel zahlen, wie er möchte. Denn es steckt ja ein solidarischer Gedanke auch hinter den Pilgern. Also jeder Gläubige, der Pilgern möchte, der soll das auch können. Das soll kein Luxusvergnügen sein. Und diese Stempel, die braucht man tatsächlich, um dann auch Zutritt zu haben zu diesen relativ günstigen Unterkünften. Ja, also dass man nicht irgendwie Tourist ist oder so und das dann in Anspruch nimmt, sondern dass man wirklich als Pilger auf dem Weg ist. Genau. Wann hat sich das denn so geändert, dass Sie gemerkt haben, jetzt bin ich ganz gut im Laufen, jetzt bin ich ganz gut im Flow. Jetzt bewegt sich vielleicht auch was in mir. Jetzt setzt sich da was frei. Also es gab immer mal wieder so Momente, auch schon in den ersten Tagen, wo ich durch Zufall einfach inspiriert wurde von Begebenheiten am Weg. Also ich glaube am vierten, fünften Tag, da habe ich mir einen Friedhof angeschaut. Ich dachte mir einfach, hier ist ein Friedhof in Spanien, kenne ich nicht, also schaue ich mir das mal an. Und dort bin ich direkt durch zwei Wände hindurchgelaufen, wo Grabnischen waren in diesen Wänden. Also es sah ein bisschen aus wie in der Gerichtsmedizin. Und das Besondere war, dass an jeder der Klappe, hinter der sich dann diese Grabnischen befinden, ein Foto des Verstorbenen hing oder der Verstorbenen. Das kenne ich von Deutschland so nicht. Und diese Menschen, die haben nicht traurig geguckt oder betrübt, sondern natürlich freundlich, weil es einfach normale Passfotos wahrscheinlich gewesen sind, die die Angehörigen da ausgewählt haben. Und da ist schon so etwas in mir in Gang gesetzt worden, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, der Tod ist ja gar nichts so Schlimmes. Und dann habe ich mir eben überlegt, eigentlich gibt es ja nur zwei Alternativen. Entweder wir landen bei Gott und alles ist gut, oder aber wir verpuffen in irgendeinem nichts und können uns aber genau darüber nicht mehr beklagen. Also das waren immer wieder so kleine Momente, wo ich dann eben zu dem Schluss gekommen bin, der Tod ist eben nicht der Feind des Menschen, sondern nur der Feind des Lebens. Aber dass ich wirklich Gott näher gekommen bin, das war erst, ich würde mal sagen, zweite, dritte Woche, als mir Menschen erstmal diesen Gedanken ausgetrieben haben, ich könnte mit meinem Kopf Gott begreifen. Ja, da sind wir auch schon bei den Menschen. Also wir waren ja gerade bei den Herbergen, wo ja auch Pilger dann sich treffen. Und auf dem Weg begegnen einem ja auch viele andere Pilger. Wie haben Sie diese Begegnung erlebt? Ja, die waren wunderschön. Also das ist ja eigentlich das Besondere am Pilgern, wenn man auch den Unterschied zum Wandern vielleicht nimmt, dass man dort eine große Gemeinschaft ist. Alle haben so dasselbe Ziel. Sie wollen nach Santiago. Die meisten sind auf der spirituellen Suche und da findet natürlich immer wieder ein sehr gewinnbringender Austausch statt mit diesen Menschen. Und ich bin dort ja verschiedenen Personen begegnet, die mir wie eben gerade schon angedeutet erstmal ausgetrieben haben, dass ich Gott mit dem Kopf begreifen könnte, die mich daran erinnert haben, wie begrenzt denn unser Gehirn eigentlich ist. Ja, also wir können uns ja zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass das Universum unendlich ist oder dass das Universum ein Ende haben soll. Denn dann müsste ja irgendwie eine Mauer sein, die auch wieder unendlich sein müsste. Also wir können uns so viel nicht vorstellen, wie sollten wir dann dazu in der Lage sein, mit dem Kopf Gott zu begreifen. Und daraufhin habe ich eben beschlossen, nochmal in meinem Inneren, auch in meinem Herzen eben nach Spuren von Gott zu suchen. Da haben diese Mitpilger wahrscheinlich auch einen Nerv getroffen, weil sie haben zu Beginn des Gesprächs gesagt, sie waren sehr historisch an der Bibel interessiert, archäologisch und sehr, sehr rational, auch vielleicht Kopf gesteuert. Und dann ist es irgendwann ins Herz gerutscht. Kann man das so beschreiben? Ja, also ich bin sehr gläubigen Menschen begegnet. Und ein Pilger, der hieß David, das war ein Amerikaner, der hat vielleicht einen der schönsten Sätze in meinem Buch kreiert, der dummerweise eben nicht von mir stammt. Der hat geschrieben, die Zeit mag alle Wunden heilen, doch auf dem Jakobsweg verheilen sogar Narben. Sein Bruder hatte vor 10, 15 Jahren Selbstmord begangen. Und diese ganz akute Trauer ist natürlich irgendwann in den Hintergrund getreten. Aber so richtig versöhnt mit dem Leben hat ihn eben erst der erste Besuch auf dem Jakobsweg wieder, als er etwas zurückgewonnen hatte, was er zuvor verloren hatte. Nämlich dieses Gottvertrauen, dieses Gefühl, es hat schon alles irgendwie seine Richtigkeit, am Ende wird alles gut und eben die Wege des Herrn sind unergründlich. Und wenn ein Mensch, den man schätzt, einem sowas näher bringt und dann eben auch sagt, du kannst Gott ja auch begegnen, dann löst das natürlich was in einem aus und sensibilisiert einen nochmal und führt dazu, dass man die Sinne nochmal ganz anders schärft. Ja, so wie Sie das beschreiben, dann klingt das für mich wie so ein Paradigmenwechsel, wie so eine ganz neue Perspektive, die Sie eingenommen haben, auch Gott gegenüber. Wenn Sie sich nochmal an die Situation erinnern und nochmal da rein spüren, was hat das in Ihnen ausgelöst? Was waren das genau für Gefühle, die Sie da entwickelt haben in der Zeit? Also es war vor allem eine Belgierin, die mir sozusagen, eine Frau, die mir gesagt hat, Gott mit dem Kopf begreifen, wie soll das denn gehen? Und da habe ich mich erst mal gefühlt wie so ein kleiner Schuljunge, weil ich so gesagt habe, ja, auf Seite 1173 der Bibel, da passt irgendwas nicht so richtig. Und dann kam ich mir sehr albern vor in diesem Moment und habe eben überlegt, so komme ich hier wahrscheinlich nicht weiter auf meinem Jakobsweg. Und dann habe ich mich eben versucht, an Glaubenserfahrungen von früher zu erinnern, beziehungsweise es ist eher zufällig dazu gekommen, dass ich mich an diese Erfahrung erinnert habe. Es gab Momente, ich weiß gar nicht, als Jugendlicher oder junger Erwachsener, wo ich nach Treffen mit Freunden das Gefühl hatte, Mensch, hast du jetzt irgendwas falsch gemacht? Könntest du in ein Fettnäpfchen getreten sein? Und könnten die dich vielleicht nicht mehr mögen? Und das waren eigentlich bekloppte Gedanken, aber sie waren so lange präsent, bis ich diese Menschen wieder getroffen habe und eben gemerkt habe, es ist noch alles in Ordnung. Und irgendwann, als ich wieder diese Gedanken hatte, habe ich dann eben mal eine Art Experiment gewagt. Also ich habe zu Gott gebetet und ihm darum gebeten, dass doch bitte diese Gedanken unnötig sein mögen und auch aufhören mögen. Dazu muss man wissen, ich bin christlich erzogen, ich habe jeden Abend gebetet mit meiner Mutter und das auch weiter betrieben. Also das war jetzt nichts Fremdes für mich zu beten, nur eben so mal mitten am Tag, das war eher ungewöhnlich. Und das Verrückte ist eben, dass es funktioniert hat. Also direkt nach dem Gebet habe ich noch an diese Gedanken gedacht, aber nach der kleinsten Ablenkung waren sie eben verschwunden. Und abends im Bett, als ich den Tag nochmal Revue passieren lassen habe, habe ich eben erst gemerkt, Mensch, Gott hat es wieder einmal geschafft. Und ich glaube, viele Menschen kennen dieses Gefühl, dass ihnen der Dialog mit Gott Erleichterung verschafft. Also ich schreibe dann, glaube ich, Gott als Sorgentelefon, das zuhört und hilft, aber eben keine dummen Fragen stellt. Und deswegen bin ich eben so zu dem Schluss gekommen, dass Gott eben doch existieren könnte, weil ich ihn ja selbst erfahren habe. Ich meine, jetzt möchte ich nicht sagen, dass mir der ultimative Gottesbeweis da gelungen ist, weil wahrscheinlich hier ein Forscher ihre ganz eigene Erklärung vielleicht dafür hätten, weshalb mein Ritual des Gebets dann immer zum gewünschten Erfolg geführt hat. Aber trotzdem, ich hatte erst mal einen Indiz dafür, dass Gott existiert und habe beschlossen, mich weiter auf diese Suche eher in meinem Inneren auch zu begeben. Und das ist ja tatsächlich auch was, wo es nicht um, wie die Belgierin schon gesagt hat, nicht darum geht, Gott mit dem Kopf zu begreifen, sondern wo er tatsächlich so ins Leben kommt und wo es wirklich in die Beziehung geht, oder? Das ist ja dann keine Kategorie der Hirnforschung oder irgendeiner anderen wissenschaftlichen Disziplin, sondern tatsächlich eine Begegnung. Genau. Und man hätte ja auch sagen können, es ist eigentlich völlig überflüssig, nach rationalen Argumenten gegen Gott zu suchen, wenn man ihn doch selbst erfahren hat. Also mehr braucht man doch eigentlich gar nicht. Aber ja, das war eben so ein Erkenntnisprozess. Das heißt, es waren schon früher in Ihrem Leben auch Dinge grundgelegt, die Ihnen da auf dem Jakobsweg vielleicht nochmal ganz neu bewusst oder stärker auch bewusst geworden sind. Genau. Ich bin eben christlich aufgewachsen und habe dann eben irgendwann diese Zweifel entwickelt, wie es wahrscheinlich viele irgendwann tun. Und bin dann eben auch auf dem Jakobsweg eigentlich noch mehr mit diesen Zweifeln gegangen und habe das andere so ein bisschen verdrängt. Und da habe ich mir das dann eben wieder vergegenwärtigt auf dem Jakobsweg. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Also man ist da wirklich jeden Tag auch körperlich in Aktion und schafft auch Kilometer weg jeden Tag. Das ist auch mit Anstrengungen wahrscheinlich verbunden, die man so im normalen Alltag wahrscheinlich nicht so gewöhnt ist. Und dazu kommen jetzt auch noch so Dinge, die einen wirklich im Innersten auch bewegen und auch im Innersten vielleicht anfragen, vielleicht neue Perspektiven eröffnen. Das klingt total schön, das klingt aber auch anstrengend. War es das auf dem Weg? Nee, also diese Gedanken, das war eigentlich sehr erfüllend. Also ich habe mich über jeden guten Gedanken, den ich dann hatte, sehr gefreut. Und ja, also der Körper, der ächzt, aber der Geist ist wirklich frei. Also es strömen dann wirklich Erinnerungen und Gedanken in einen, mit denen man gar nicht mehr gerechnet hatte oder an die man sich gar nicht mehr erinnert hatte. Und das habe ich als sehr erfüllend und schön gefunden. Und dann natürlich auch den Austausch mit anderen Menschen teilweise eben über diese Gedanken und Gefühle. Ja. Julia aus Mannheim war auch eine ganz besondere Begegnung. Eine andere Pilgerin auf dem Jakobsweg. Ja, also es war ein wundervoller Mensch, auch ein gläubiger Mensch, der schon mehrere Jakobswege gelaufen ist und sich eben jetzt nur für zwei Wochen auf diesen Camino del Norte begeben hat. Gar nicht bis nach Santiago wollte, sondern ich wollte einfach dieses Pilgergefühl wieder erleben. Mit ihr und auch David zusammen hatte ich ein paar wunderschöne Targets. War leider nicht so viele, weil sie dann eben wieder wegfahren musste. Aber ja, das war schon eine besondere Zeit. Ja, das ist ja auch so wirklich so Weggemeinschaft dann Richtung Santiago de Compostela und auch Weggemeinschaft im Glauben. Ist das so? Ja, also sie und auch David waren beides gläubige Menschen und die haben mich natürlich immer wieder angespornt, auch diesen Weg einzuschlagen und diese Erfahrung zuzulassen und mich immer wieder so ein bisschen in die richtige Richtung gestoßen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so langsam Santiago dann näher kommt? Also Santiago de Compostela ist ja das Grabmal des Jakobus, des Avostels Jakobus. Wie ist das, wenn man dann so näher kommt, wenn man vielleicht auch schon in Richtung Kathedrale kommt und auch weiß, die Reise ist bald zu Ende? Also erst mal wollte ich gar nicht, dass diese Reise aufhört, weil ich mich ja so wohl gefühlt habe auf dem Jakobsweg. Das Interessante ist, sobald man die letzte Region erreicht und das Meer verlässt, dann hat man plötzlich das Gefühl, dass dieser Anker wegbricht. Also plötzlich merkt man, okay, jetzt geht es schnurstracks auf das Grab des Apostels Jakobus zu, denn Santiago liegt nicht am Wasser und solange man das Meer an seiner Seite hatte, hatte man immer so eine Sicherheit, okay, ich bin auf dem Weg, mir kann hier noch nichts passieren, ich muss mich gar nicht mit dem Ende beschäftigen. Und das war dann ein sehr komisches Gefühl. Als man dann Santiago sehr, sehr nahe kam, als der Camino del Nord mit dem Camino Francais wieder zusammentraf, dann war der Weg auf einmal plötzlich sehr voll und der Abschied fiel dann auf einmal doch wieder ein bisschen leichter, weil es dann auch gar nicht mehr so schön war. Man hatte diese Momente der Ruhe nicht mehr, die man vorher so sehr geschätzt hatte, als man mit all dieser Kolonne Richtung Kathedrale dann geströmt ist. Ja, also es ist tatsächlich dann ein neuer Abschnitt, wenn das Meer nicht mehr da ist, dann geht es irgendwie in die Einflugschneise, so nenne ich es jetzt mal, und dann beginnt eigentlich ein neuer Abschnitt des Jakobsweges nochmal und auch der innerlich neue Abschnitt. Ja, also gerade im letzten Drittel, da habe ich diese Ich-Erfahrung, die man auf dem Jakobsweg macht, nochmal ganz anders auch gespürt. Also man entwickelt ein sehr positives Selbstbild auf diesem Jakobsweg, das ist zumindest mein Eindruck, das ist, glaube ich, die stärkste Kraft dieses Weges, finde ich. Einmal entwickelt man eine sehr positive Beziehung zu seinem Körper, weil der natürlich Unglaubliches leisten muss. Und ich will nicht sagen, dass ich vorher ein negatives Körperbild hatte, aber ich hatte einfach gar keins. Und plötzlich hat man ein positives. Das Gleiche gilt auch für den eigenen Charakter. Man erfährt so viel Nächstenliebe auf diesem Weg, so viel Hilfsbereitschaft und auch Freude von fremden Menschen, wenn sie einen sehen, dass man gar nicht anders kann, als zu denken, so wie ich bin, muss ich voll in Ordnung sein. Also mir ist eine Frau um den Hals gefallen, die ich gar nicht zuordnen konnte, aber die war einfach so erleichtert, mich nach drei Wochen mal wiederzusehen, weil sie zuvor in den Tagen kein bekanntes Gesicht getroffen hatte, dass sie einfach glücklich war, mich zu sehen und mit mir dann diese üblichen Pilgergespräche geführt hat. Also wenn wir uns vor drei Wochen gesehen haben und heute, warum haben wir uns dann vor einer Woche nicht getroffen, wo bist du da gewesen? Und so entstehen dann eben solche schönen Momente und Gespräche. Es ist dann auch so, man fühlt sich im Einklang mit sich selbst, einmal mit seinem Körper als auch mit seinem Charakter. Man fühlt sich im Einklang mit den anderen Menschen, die hilfsbereit sind, die zuvorkommend sind, die Nächstenliebe praktizieren. Man fühlt sich im Einklang mit dem Leben, mit der Welt und darüber irgendwie auch mit Gottes Schöpfung, wenn man so möchte, und mit dem Schöpfer an sich. Das ist jetzt schwer sozusagen in Worte zu fassen, dieses Gefühl. Aber dieses, ja, dieses wohlige Gefühl, was wir mit Gott in Verbindung bringen, ich glaube, das ist auf dem Jakobsweg eben schon präsent. Und das erfährt man dann eben, wenn man sich eine gewisse Weile auf diesem Weg befindet. Das hört sich jetzt auch ganz anders an als das, was Sie gerade vom All-Inclusive-Urlaub auf den Kanarischen Inseln berichtet haben, der ja auch gar nicht so lange nachgeklungen ist in Ihrem Leben. Wie haben Sie diese Erfahrung des Jakobswegs dann mit hineingenommen in Ihren Alltag zu Hause? Also das Profane ist erst einmal, ich gehe wandern. Das habe ich vorher nie gemacht. Deswegen auch so ein bisschen Unplötzlich Pilger ist ja der Titel dieses Buches. Und jetzt wandere ich sehr gerne mindestens einmal pro Woche. Und wenn es nur so für ein, zwei Stunden ist, einmal diese Ruhe des Waldes zum Beispiel genießen und auch die Abgeschiedenheit und die Möglichkeit, ohne Ablenkung und Reize einfach auf gute Gedanken zu kommen. Ansonsten habe ich, glaube ich, eine große Gelassenheit entwickelt. Wir haben vorhin schon über diese Erfahrung gesprochen in Bezug auf den Tod. Also ich habe das Gefühl, wie auch immer es kommen wird, mir kann eigentlich nicht so viel passieren. Und wenn man dann noch in Betracht sieht, dass ich als Mensch auf den Jakobsweg gegangen bin, der ja so ein bisschen aus rationaler Sicht an Gott gezweifelt hat, bin ich jetzt ja ein Mensch, der die Existenz Gottes auf jeden Fall für möglich hält. Also ich lande so ein bisschen bei dem Satz, ich glaube nicht an Gott und doch weiß ich, dass es ihn gibt. Und das habe ich eben auch weiter jetzt wieder ins Leben genommen, dass ich mich weiter auf der Suche befinde nach Gott und weitere Spuren von ihm finden möchte. Also Sie würden schon sagen, dass der Jakobsweg nicht unbedingt Ihre Fragen allumfassend beantwortet hat, aber er hat was in Bewegung gesetzt und Sie sind weiterhin auf der Suche. Kann man das so zusammenfassen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf viele Gedanken gekommen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ich habe von anderen Pilgern sehr viele Ratschläge bekommen und sehr viele Inspirationen empfangen, neue Perspektiven eingenommen, womit ich so nicht gerechnet hätte. Deswegen war das nicht nur eine körperliche Reise, sondern auch eine Reise zu mir selbst. Und das ist schon ein tolles Ergebnis, dass da nicht alle Fragen sozusagen zu 100 Prozent beantwortet sind. Das hatte ich so auch, glaube ich, gar nicht erwartet. Ja, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich eben diesen Weg zu Gott schon mal wieder eingeschlagen habe, mich erinnert habe an frühere Glaubenserfahrungen oder aber eben auch dieses Gefühl auf dem Jakobsweg gehabt zu haben, hier ist so eine gewisse Präsenz vorhanden, die ich gar nicht erklären kann so richtig. Also das Gefühl, dass man doch Gott dort irgendwie erfährt. Aber ob das nun wirklich an Gottes Anwesenheit liegt oder eben an unserer Wahrnehmung, und ich glaube, das muss am Ende eben jeder selbst dann herausfinden. Ja, und wir nehmen auf jeden Fall mit, dass sich viel löst und viel in Bewegung gesetzt werden kann auf diesem langen Weg. Sie haben auch ein Pilger-Tagebuch geschrieben und Sie haben auch ein Buch verfasst. Das ist unheimlich wertvoll. Und ich danke Ihnen sehr für Ihr heutiges Zeugnis und hoffe, dass Sie ganz viele Menschen Lust gemacht haben, auf den Jakobsweg zu gehen oder zumindest auch mal in die Natur zu gehen, wandern zu gehen und etwas in sich bewegen und lösen zu lassen. Vielen Dank, Johannes Zenker. Vielen Dank für das Gespräch. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an der heutigen Sendung und würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Denn es heißt Bibel TV, das Gespräch. Machen Sie es gut. Tschüss.